Alle leiden offenbar sich nicht alle sehr gut in Stimmung, wir haben aber nur das kleine Problem, unser Programm zu entdecken. Seid ihr denn in Stimmung tatsächlich noch eins? Ja? Eins noch? Ja, gut. Dann muss ich für den Abschluss jetzt alle meine lieben Männischwestern, Radisten, Aufzubildende, alle zu mir bilden für eine kleine letzte Gute-Nachricht-Nummer. Was zeigt ihr denn eigentlich? Dafür singst du die, ja, ne? Finde ich schon. Finde ich auch. Mach's mal. Ich singe jetzt einfach mal eine Zügabe-Anschlussnummer. Sonst kann wahrscheinlich auch keiner den Text, oder? Das kann nicht sein. Das kann doch schon mal ja auch nicht. Das kann sehr nichts. Ja, das ist doch nicht schön. Genau. so. Aber noch nicht, da kann man einen Schuh im Namen machen. Wirklich! Sonst machen alle nicht, machen wir alle! Ja, alle, bitte. EINDSCHIEBUG, MEINDSCHIEBUG, MEINDSCHIEBUG! EINDSCHIEBUG, MEINDSCHIEBUG! So, passen alle hier auf! Pau uns aus! So. 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 Gut. Okay. Und jetzt wollen wir noch ein klein wenig zum Abschluss ein klein wenig Sonne in euer Herz bringen. Lass die Sonne in dein Herz. Lass die Sonne in dein Herz. Schieg die Seh'n so schimmelwärts. Gebt dem Traum ein bisschen Freiheit. Lass die Sonne in dein Herz. Lass die Sonne in dein Herz. Du hast fast vergessen, wie es ist, ein Mensch zu sein. Doch du bist nicht allein. Lass die Sonne in dein Herz. Schieg die Seh'n so schimmelwärts. Gebt dem Traum ein bisschen Freiheit. Lass die Sonne in dein Herz. Lass die Sonne in dein Herz. Manchmal nimmt ihr Händen. Macht der Traum den Wind. Und Gefühle sterben wie ein Herz im Wind. Und dann untergehen wir, denn die Hand bringt es hinein. Doch du bist nicht allein. Lass die Sonne in dein Herz, schieb die Sees aufs Himmel wach. Ich gefahr ein bisschen Freiheit, lass die Sonne in dein Herz. Du musst an dich glauben, mit deinem brauchst du kein. Und du musst dein Leben lieben, denn du hast nur eins. Niemand mehr im Schatten steht, der fliegt hinein, denn du gehst nicht allein. Lass die Sonne in dein Herz, schieb die Sees aufs Himmel wach. Lass die Sonne in dein Herz, schieb die Sees aufs Himmel wach. Lass die Sonne in dein Herz, schieb die Sees aufs Himmel wach. Lass die Sonne in dein Herz, schieb die Sees aufs Himmel wach. Lass die Sonne in dein Herz, schieb die Sees aufs Himmel wach. Lass die Sonne in dein Herz, schieb die Sees aufs Himmel wach. Nee, das war jetzt schon der Zugabe, es tut mir furchtbar leid. Und die Kinder sind vorbei, es ist ja nur 20.10 Uhr, wir hätten eigentlich vor 20 Minuten schon aufhören müssen. Und wir können froh sein, wenn uns die Leute, die hier so drumrum wohnen, irgendwie nicht aufs Dach steigen. Deswegen müssen wir jetzt leider aufhören, es tut mir leid. So, an dieser Stelle, denn mein Dank an die Technik, Moneo. Unser Dank gilt natürlich auch dem wunderbaren Tresenteam von KW Positiv. Wir lieben euch, Dankeschön. Und der hauhaften Moderatorin, Mutter Katharina. Danke, danke, danke. Und da er nun heimlich heute Abend nicht da sein kann, liebe Eoleon, du als Cousine, richte ihm bitte ganz, ganz herzliche Grüße und einen ganz heißen Dank aus, denn er hat diese wunderbare Show erfunden. Vielen Dank an Heinrich! So, des Weiteren danken wir natürlich allen, die heute Abend mitgeholfen haben, allen meinen lieben Mitschwestern, meinen lieben Mitgardisten, unseren lieben Ausgebildenden. Wir sind ja heute hier schon seit 12 Uhr mittags unterwegs, haben hier aufgebaut und so weiter und so weiter. Und ich möchte mich nochmal besonders bedanken bei der Fotografin, die den heutigen Abend fotografisch begleitet hat. Es wird wunderbare Fotos geben in den nächsten Tagen auf unserer Homepage von der heutigen Investitur und auch von der Schlager-Revue auf unserer Homepage www.indulgenz.de. Anne, ich danke dir. Vielen, vielen Dank! So, und das Ganze wurde heute Abend auch auf Filmfest gehalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber in erster Linie bin ich mal ganz doll dankbar. Danke, Kai Dirate! Und natürlich unseren Dank an euch, die ihr sogar mal ausgehalten habt mit uns. Spitzenleistung! Ein Dank an das Publikum! Ja, danke für euren Applaus! Danke! Dankeschön! So! Danke, danke, danke! Danke! Ja, die Sponsoren hätten wir natürlich Schlag und die Vergessen, wäre das Trauerspiel mitten in der Bühlerstraße 3 im Pehberg sowie das Café Positiv! Ja! Danke! Vielen, vielen Dank! So, hier sind die Abrunde, wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie alle sofort nach Hause gehen, wir freuen uns, wenn ihr noch ein bisschen da bleibt, noch ein bisschen mit uns schnackt, noch das ein oder andere Getränk trinkt, das ist ja für einen guten Fack im Kaffee positiv, das heißt, haltet euch nicht zurück, sauft, was das Zeug hält. Die nächste Schlager-Revue, eine Schlagerparade, bis wann, weiß man das? Revue, ja, Entschuldigung, ich sag das immer falsch, sorry. Also, die nächste Schlager-Ruby-Wut stattfindet im September, ich glaube, wir werden uns auch wahrscheinlich zwischendurch trotzdem irgendwo mal noch sehen, wir sind ja immer mal so ein bisschen unterwegs noch, Ostern zum Beispiel wäre unser wunderbares Gulasch in Kooperation mit dem BRF, Ostern ist ja für uns Schwestern immer Großkampfwochenende von Gründonnerstag bis Ostermontag, da sind wir alle überall in der Stadt zu finden und unter anderem auch am Ostern-Sommerabend, auch am Kar-Sommerabend sind wir hier und feiern mit den ganzen Ledereisen und mit den ganzen Scherbenträgern, wie ja heute Abend auch eine Dame, wunderbar, einen heißen, starken, scherfen, starken, die heiße Nacht und freuen uns, wenn ihr auch mit dabei seid. Das war's dann aber ansonsten erstmal von unserer Stelle, feiern noch schön mit uns, ich danke euch herzlich, danke! Musik bitte! Musik bitte! Musik bitte! Musik bitte! Nein! Ohne alles! Ohne alles! Na okay! Einmal ganz schnell! Zugabe! 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 So, das war jetzt deutlich. Entschuldigung. Nee, wir haben wirklich keine Zugabe mehr für euch. Es tut mir irgendwann leid. Aber! Ich würde ganz gerne, alle meine lieben Mitschwestern, Gardisten, Auszubildende, alle zu mir auf die Bühne bitten. Wir haben was. Wir haben noch einen Sponsor, natürlich vergessen. Ich werde garantiert. Ehekrachhaft! Flyer! Das Plakat! hat Polisiert mein Mann, Heiko! Oh Mann! Und jetzt hätte ich ganz gerne alle Schwestern und Schwestern aus unserem Haus hier auf der Bühne. Lathea, wo bist du? Da vorne. Komm ran, Zeitinteresse. Wir hätten uns gerne noch ein schönes Fokus vorbekommen. So, und jetzt Musik! Dankeschön! Und jetzt hier. Oh Mann! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.